Moin Leute, was geht bei euch? Willkommen in diesem Video, wir spielen mit unserem Demon Hunter Tank ein in Elwha Halle der Sühne und als allererstes möchte ich mich mal bei euch entschuldigen, dass ihr jetzt so lange von mir nichts gehört habt. Ich hatte einfach beruflich so viel um die Ohren und war so spät zu Hause, dass ich es einfach nicht geschafft habe, ey. Schande über mein Haupt, ich weiß, aber ja, es ist nun mal so. Ab jetzt hat mich der Alltag wieder, ich habe meine normalen Arbeitszeiten wieder, ich kann natürlich nicht immer garantieren, dass es immer so ist. Ist nun mal so, in einem Dienstleistungsunternehmen, wenn der Kunde uns sagt, springen, fragen wir, wie hoch, ne. Das ist halt so. Ja gut, aber erstmal geht es jetzt normal weiter auf Twitch und auf YouTube. Apropos, falls ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, geht gerne auf Twitch und gebt dort TimboMoto in die Suche ein oder guckt unten in die Videobeschreibung. Montags und Donnerstags bin ich dort live ab 19 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr mit reinschaut, mal. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie das hier so läuft. Ich hoffe, ich kann im Elber das meiste Face tanken, weil auf dieses Ganze gekallt habe ich immer nicht so Bock. Aber wenn es sein muss, dann ist es halt so, ne. Ihr wisst, was ich meine. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Hier können wir eben den Selfie-Strahl reinballern. Okay, gegen die Tiere, da haue ich lieber ab, wenn die groß sind. Agro sollte reichen, das ist okay. Ich muss ihn mal ein bisschen leiser machen. Schreib mich so an. Gut, der ist klein. Den kann ich wegmachen. Er hat aber auch schon zweimal anstacheln drauf, ne. Ist auch nicht zu unterschätzen. Apropos Affixe. Wir haben tyrannisch, anstacheln und stürmisch. Wie ihr vielleicht schon an den Wirbeln erkannt habt. Die machen wir lieber einzeln, weil in der Gruppe sonst gleich das... Ach, ne, wir haben die... Ne, alles gut. Ich erzähle schon wieder Scheiße. Hätte ich die PAD am Anfang mitgepult, dann wäre jetzt wahrscheinlich das Stolz-App gekommen. Aber ohne die PAD passiert es noch nicht. Soweit ich weiß. Ich könnte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr pullen. Das probiere ich nachher mal aus. Ich taste mich mal langsam an die Gruppe ran. Und check mal, was bei denen so abgeht hier. Das werde ich nicht outrangen. Gar keinen Bock drauf. Ich kann das gegenhehlen. Als Demon Hunter auf jeden Fall. Das kann ich kicken. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, der schöne Tanz mit den Wirbeln. Was ist eigentlich euer Lieblings-Affix, Leute? Sagt mal. Schreibt mal einen Kommentar. Ich finde das mit den Wirbeln schon ziemlich witzig manchmal. Erstens, dass wir sich manche dabei anstellen, den Dingern auszuweichen. Und zweitens selber, wenn es richtig ein hektischer Pull ist. Und da sind viele Wirbel. Wie blöd man sich auch manchmal selber anstellt, da die Dinge auszutanzen. Das finde ich schon ganz witzig, das Affix. Oh, dicke Tiere. Ich hau ab. Bruder muss los. Gar keinen Bock auf euch. Hier könnt ihr nochmal ein 4 kriegen. Können ein bisschen abdrehen. Die Akku halt. Oh, das ist Stolz. Oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, ich mache mal lieber die Metamorphose, ne? Sonst sterbe ich gleich. Dann heilen wir nochmal eben gegen. So. Alles easy. Wenn wir jetzt Stolz haben, pullen wir die auch gleich zu viert da auf jeden Fall. Dann könnt ihr die mal eben wegrasieren. Wenn es eng wird, haue ich halt ab. Kiten ist als 7 Hunter gar nicht so schlimm. Ich habe mich immer so dagegen gesperrt, weil ich immer dachte, diese Spielmechanik an sich, die fühlt sich so falsch an, als Tank immer so wegzulaufen. Aber, wenn man mal ehrlich ist, mit dem Demon Hunter ist echt überhaupt kein Problem, ne? Kurz 20 Meter wegspringen und fertig ist der Luck. Hier mal eben alles unterbrechen. Ich habe jetzt natürlich leider keine Cooldowns ready. Der Hexe hat auch keine Gesundheitssteine gestellt, der Arsch. Sehe ich jetzt ja erst. Warum macht er das nicht? Hätte er ruhig mal machen können, oder was? So. Gleich Selfie ready. Oh, ich bin überhaupt nö. Die Gruppe ist fast down, ey. Wenn der Dicke jetzt aber so viel angestachelt ist, werde ich beim nächsten Erdbeben vielleicht tatsächlich doch mal outrangen. Ach, scheiß drauf, brauche ich nicht. Alles gut. So, dann machen wir die Gruppe. Wir gehen hier rum, Jungs. Eigentlich ist es egal, wie rum wir gehen. Aber die Gruppe nehmen wir nochmal eben mit. Wir können meinetwegen auch gerne hier runterspringen. Habe ich kein Problem mit, liebe Freunde. Wenn ihr das so gewohnt seid, springen wir da runter. Alles gut. Willst du nicht mal sterben, oder was? So, habt ihr Bock? Ich springe direkt auf den Kopf hier. Oder wollt ihr beide Gruppen holen? Das ist bei Anstacheln vielleicht nicht so geil. Das wäre auch cool, wenn ihr die jetzt nicht groß werden lasst, weil ich kann hier nicht so gut, ähm, was wollte ich sagen? Auskreiden. Okay, alles gut. Die Jäger-Tante ist tot, die Bärchen sind klein, alles ist schön. Die Bärchen sind klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen, außer der Tank allein. Das war schön, ne? Die sind jetzt auch alle schon einmal angestachelt, weil die zu früh gepullt wurden. Oh, ich wurde abgewirbelt. Anfänger, Amateur. Stolzi, 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 Stolz. Das bauten der Stolz da oben. Ich muss aber eben meinen Pro Wursten holen, weil ich hier echt die Dinger brauche. Na, wie heißt das? Violen. Gleich wieder wegschicken, damit er mir auch nicht auf den Sack geht. Oh, oh. Das ist jetzt richtig kacke. Metamorphose habe ich ready. Aber sonst geht hier nicht viel ab, gerade. In Sachen Cooldowns. Trinket gönne ich mir nochmal heben. Dann kann ich da nochmal ein Brandmal reinhauen. Damit die mir weniger Schaden machen. Treue Tiere ist jetzt richtig kacke. Bruder, ich muss richtig los. Bruder, ich muss dich vieren. Haut das Stolz weg. Jetzt springe ich mal lieber da hin, weil... Da kommt die nächste Gruppe. So, jetzt kann ich mir ein bisschen gegen anheilen hier. Oh, 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 oh. Nächstes Trinket ready. Oh, nicht den Wirbel noch. Nicht den Heiler noch zusätzlich stressen. Das wäre richtig kacke. Guck mal, wie geil wir das hier alles managen, ey. Läuft bei uns. So, alle da. Big Pull oder was? Mana voll. Geil. Los, rein da. Stolz. Läuft doch. Oder hat auch jemand nach Heelstone gefragt. Aber der Hexer hat es gekonnt. Ignoriert er, ey. Der kleine Splasher. Der wird ja schon angesprochen. Und der macht es einfach nicht. Wie kann man nur? Das ist so, als wenn man sich weigert zu buffen. Geht gar nicht, oder was? Was sind das denn alles für kleine? Die hole ich mir mal alle. Wolltst du denn die auch? Ne, ne? Die stapeln nicht an. Das trauen die sich nicht. Oha, hier. Hier blast. Jetzt wird es aber schon langsam krass hier. Ich habe noch ein kleines Trinket gezogen. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Weil wir keine Heelstone haben. Ich meine, da wäre ja welche. Egal. Schön outrangen. Alles ist gut. Und schmeckt nach Erdbeeren. Müssen wir jetzt aber ein bisschen Damage pumpen, ne? Der ist richtig. 1, 2, 3, 4, 6 mal. Gebolstert, der Kollege. So, und wenn ihr alle so dicht an ihm dran steht, ist das auch kacke für euch, Jungs. Ihr solltet das auch outrangen. Das Viech. Oh, jetzt habe ich meinen Streil gewastet. Aber sowas von. Egal. Wo ist die Gruppe? Alles okay? Bei euch? Ja, okay. Ich pull weiter, ne? Wird schon laufen mit euch. Eben unterrumpen da. So. Sehr gut getimt. Schönen Nahkampf geholt. Wunderbar. Das weichen wir aus. Wir schonen den Heiler. Krass. Der Heiler musste gerade so pumpen. Er hat immer noch volles Mana. Paladins hat echt krass. Krass. So, wir haben 57%. Ich müsste jetzt eigentlich das nächste Stolz mal kriegen. Das kommt auch jetzt gleich. Und dann gehen wir schön in die Mitte rein. Ah. Jetzt bin ich noch rückwärts in den Strudel, in den Wirbel reingebackpaddelt. Oh Mann, ey. Das ist jetzt gefühlt immer der längste Teil, ne? Der Weg zum ersten Boss. Haben wir die Putter schon weggearbeitet? Ne. Scheiße, das sollten wir machen, ne? Kacke, ey. Wo kommt denn schnell? Ich will auch Stolz noch mit für die große Gruppe haben. Knistert die hier eben weg. Wir haben ja noch 40 Sekunden. Ach du Scheiße. Natürlich niemanden dabei, der Wut-Effekte runternimmt, ne? Doch, der Jäger. Aber der macht's nicht. Ich weich hier lieber mal ein bisschen aus dem tödlichen Zustoßen. Dafür kann man auch ruhig mal in den Wirbel reinsteppen. Weil das Zustoßen macht mehr Schaden als der Wirbel. So, seid ihr soweit? Wir haben noch 10 Sekunden vom Buff. Komm, nehmen wir mit. Direkt in den Melee rein. Ich versuche den ersten Splitter hier hinten abzulegen. So. Direkt ein Stück nach vorne. Das stört da am wenigsten. Gehe ich hier direkt an die Kante. Kriegst mal ein bisschen Damage hier. Ah, Single Target brauche ich als Demon Hunter gar nicht von Damage reden, würde ich sagen. Weil das macht man eh nicht. Komm, wir müssen ein bisschen moven, Jungs. Damit wir gleich Platz haben, um den Strahl auszuweichen. Fühlt ihr, ne? Versteht ihr doch, oder? So, da ist der Strahl auch schon. Da machen wir ein bisschen Sidestep mit. Die Runde. Scheiße, der steht doch ein bisschen kacke. Oder liegt vielmehr. Die Fläche liegt ja, ne? Die steht ja nicht. So, jetzt drehe ich die nächste Fläche hier hin. Du willst ja mal den Platz haushalten, ne? Kann ja nicht schaden. Oh, Wirbel, ey. Zählt viel rein. Zum Glück haben wir die Puttdown gemacht. Ach, ich backpedal einfach weg. Scheiß drauf. Kommen wir da hin, wo wir Ops. Ja, Achtung. Nicht das Vogelfie der Polen. Haben sie schon. Haben sie übernommen. Sehr gut. Wenigstens reagiert. Tyrannisch, ne? Da merkt man mal wieder, dass Schaden fehlt. Das heißt, fehlt. Wie es auf Damage ankommt. Und dass er lange lebt. Sagen wir es mal so. Ah. Ääh. So, dann geht es gleich direkt in die Gruppe. Guck mal, der Pala, der verliert echt kein Mana. Geiler Typ. Hier direkt Interrupten. Natürlich nicht getroffen. So eine Scheiße. Tödliches Zustoßen. Kannst du alleine machen. Ich hau ab. So können wir ja direkt die Kleinen haben. Haben, 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 haben. Bevor die hier noch umnerven oder so. Ich glaube, die habe ich jetzt auch alle getroffen mit meinem Feuerzeichen. Schön angetankt. Die Gruppe machen wir auch mit, vorsichtshalber. Reine Vorsichtsmaßnahme. Und den patrouillierenden Gargoyle holen wir uns gleich auch noch. Ich würde ihn eigentlich gerne schon mal pullen. So. Ich sehe aber nichts mehr. So. Aber komm, wir müssen ein bisschen hier in den Hunter-Zirkel rein. Mit den ganzen Mobs. Der freut sich doch. Wenn man das macht. Weil die denn alle gleichzeitig Schaden kriegen, ne? So, immer aufpassen. Die Gruppen werden immer gerne geerdet. Ah, scheiße, haben wir schon wieder stolz. Da war der Gargoyle jetzt echt ein bisschen blöd. Oh. Nein, pass auf, lass dich nicht kicken. In die Gruppe. Hallo. Was spiele ich denn jetzt hier für eine Scheiße? Metamorphose, go. Meine Fresse, ey. Das wäre echt schlecht. Schnell nochmal ein Trinket gezogen. Weil ich wollte jetzt eigentlich kiten, aber dann wäre ich runtergesprungen wahrscheinlich und da ist der Line of Sight oder so. Und ja, da habe ich mich lieber für das Trinket entschieden. Alles gut. Haben alle überlebt. Alles super. Alles schön. War zwar nicht ganz elegant, aber es hat gepasst. Ich hasse sowas, ne? Ach, komm mit. Komm einfach mit. Oh, nee. Nicht beide. Naja, sollen sie einen übernehmen. Kann man die überhaupt übernehmen? Wird schon, ne? Ne, das sind die anderen, die sie übernehmen können. Oh, was kommt denn jetzt noch mit? So haben wir aber nicht gewertet hier, Kollegen. Das sind die noch alle mit Pult. Unnormal. Das finde ich aber nicht so freundlich von euch. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall genug Trash. Mehr als genug. Defektiv. Ich würde gerne, dass der hier zuerst stirbt. Den da hinten unterbreche ich mal eben. Keelstone genommen. Kiten. Und los. Ah, so können. Oh, wo lege ich denn jetzt hier mein Zeichen hin? Das war ja wohl richtig schlecht gerade. Kann ich den da hinten noch wegholen? Ah. Ich bin auch ein Kack-Noob heute. Wow. Zieh mal lieber mein Trinket. Wohin, noch sterbe, weil ich das scheiße spiele hier gerade. Hat sich ausgewirbelt. Hat sich ausgewirbelt. Blutstrom. So, Zeit für den Death-Cooldown. Oh, in meiner dämonischen Verwüstung weggekickt. Okay, so eine Scheiße, Leute. Wir haben noch zwölf Minuten. Müssen wir noch Stoff geben. Wollen wir denn jetzt so viel Zeit verdödelt? Wird ja bald noch eng, oder was? Wo kommt alle her? Habe ich euch jetzt alle? Wenn ich denn eure Aufmerksamkeit habe, würdet ihr denn bitte sterben? Der Mäsch ist tot. Der Hexe auch fast. Oh, Leute. Macht keinen Scheiß. Wir haben nur noch elf Minuten. Das ist jetzt nicht die meiste Zeit. Zwei Bosse noch. Und der Tübi in der Kethedrale dauert am längsten, finde ich. So, wollt ihr den Mage noch aufheben? Ich muss noch eben kurz gucken. Oh, jetzt ist wirklich echt noch auf den Retz warten. Na gut, aber der Spawnpunkt ist hier auch richtig behindert, weil der ist genau am Anfang. Am Eingang. So darf ich. Ich würde die gerne ein bisschen CC'n. Die haben nicht so Bock auf CC. Dann heal ich mich hier einmal. Dann ziehe ich die raus. Aber wenn die gleich groß werden, muss ich sowieso los. Mit den anderen gehe ich mal eben hier kurz Line of Side von den Huntern. Da werden treue Tiere gewirkt. Der ist groß. Ich springe weg. So, dann nehme ich mal hier eben einen kleinen Gesu. Muss ich hier mal ein bisschen Agro machen. Agro. A-double-G-R-O. So, jetzt aber. Wir müssen uns echt beeilen. Scheiß auf CC. Wir haben keine Zeit. Zehn Minuten. Das wird... Oh Mann, ey. Ich finde immer, der Boss hier... Der Trash vor dem letzten Boss. So wollte ich das sagen. Der dauert immer mit am längsten. So, ich hau mal kurz einmal richtig meinen Strahl rein. Dann habe ich Agro. Und dann könnte ich zur Not auch kiten, bis der Arzt kommt. Weil... Wenn Dämonische Verwüstung einmal in so einer Gruppe war, dann nimmt mir, glaube ich, keiner mehr die Agro weg. In dem Kampf. Wisst ihr, was ich meine? Scheiße, jetzt kommt Stolz. Ey, Stolzi, du kommst ziemlich ungelegen, du Spacko. Was wird schon? Es wird schon. Leben hier jetzt noch Mobs? Nö. Alles gut. Da ist noch ein kleiner. Der stört nicht. Aber ich sehe die roten Kugeln hier nicht in diese Scheißgruppe. Äh. Höhle. Hütte. Was weiß ich. Aber sehr gut. Dann haben wir jetzt den Stolz für den Boss. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Neun Minuten. Ultra krass. Ultra krass Gangster. Na gut, der nächste Boss geht schnell. Mit Stolz. Können wir mal zwei Minuten für einen planen. Für den Trash auch nochmal zwei Minuten. Dann bleiben vier Minuten für einen Endboss. Mal gucken, wie die Rechnung aufgeht. Ich glaube, es bleiben eher drei Minuten oder zwei für einen Endboss. So, das unterbreche ich dir direkt. Dann kriegst du alles rein, was ich habe. Du kleine alte Holy Bimse, ey. Na, du kleine Bimse. Darf ich dich mal ein bisschen betaddeln, oder wat? Ich versuche immer, aber ich versuche es halt nur Single Target Damage zu machen. Das ist so schlecht. Im Verhältnis dazu, was der Demon Hunter in Multi Target raushaut. Na gut, man kann nicht überall gut sein, ne? Ach, kann man schon, aber wäre halt auch scheiße. Andere Klassen müssen auch irgendwo ihre Stärken haben, wo du ein bisschen schlechter bist. Sonst wird jeder das gleiche spielen. Ist ja jetzt schon fast so, ne? Jeder will immer das MDI-Setup spielen. Meta, yeah. Mit einer Standardklasse tauge ich nix. Deswegen muss ich unbedingt Meta spielen. Wo ich den DH angefangen habe, wusste ich noch gar nicht, dass er Meta ist. Als Tank. Und eigentlich habe ich Shadowlands mit der Eule angefangen. Und als ich das damals in meiner alten Raid-Gilder erzählt habe, haben die mich ja aus dem Raid gekickt, weil die haben gesagt, Eule ist scheiße. Und dann ist ja Eule trotzdem noch richtig geil geworden. Aber ich spiele sie ja auch nicht mehr. Ich spiele den jetzt als Heiler. So, hier waren wir jetzt schon mal schneller als gedacht. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt noch sechs Minuten über. Wir haben noch sieben. Das ist schon mal gut. Dann werden wir den Trash gleich auf Nummer sicher spielen und erst mal die kleinen Dinger richtig auseinanderpflücken, bevor wir auf den Großen gehen. weil falls wir den Großen nicht umgebürstet kriegen, dauert das viel zu lange, wenn der alle frei lässt. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen können wir die auch schön geschmeidig hier schon mal wegkillen. So, ich hole mir den Boss auch direkt. Ey, da hinten sind zwei Akku-Abdrünnige. Oh, ein Wibbel. Zwei. Zwei war noch geschmeichelt, ne? Ach, die kann man nicht tanken, oder was? Kann man nicht, ne? Random Akku. Auf jeden Fall kann ich die nicht spotten. Wolle ich die raufdamagen? Guck mal, das meine ich hier. Multitaget bin ich jetzt mal direkt erster. So, komm, die kann man auch schon mal direkt holen. Und töten. Guck mal, da hinten noch ein paar mit töten. Ja, ein paar. Immerhin ein paar. Mit dem coolen Strahl. Ah, das läuft doch. Guck mal, wir haben noch fünf Minuten jetzt. Ich sag mal, eine Minute dauert der Scheiße vielleicht noch. Na gut, vielleicht noch ein bisschen länger. Springen wir da schon mal rein hier. Ich mach die weg, die Viecher. Und dann machen wir gleich mal ganz entspannt den Endboss zu Ende und dann haben wir das hier doch noch getimt, aber äh, mal eine Sühne habe ich schon auf elf. Aber trotzdem, in Time ist immer besser als out of time, ne? weise Worte hier von Timbomoto. Außerdem will ich jetzt so langsam auch nochmal mit irgendeinem von meinen Charakteren das 15 Archivwind in Angriff nehmen. schon alleine jetzt wegen dem neuen wegen der Möglichkeit zum Aufwerten, ne? Damit ich dann meine Trinks und so auch mal auf 2.13 upgraden kann. Auch wenn das ein ultra heftiger Crosser Grind ist mit den Tapferkeitspunkten wenn man guckt was so ein Waffenupgrade kostet, ne? Aber, ja. Ergänzend also ich würde jetzt nicht nur Tapferkeitspunkte grinden um alles aufzuwerten aber ergänzend das ein oder andere Teil hoch zu pushen das finde ich schon ganz nice die Mechanik das ist eine Mechanik oder das Feature ein Feature ist das, ne? Ja, Feature sagen wir mal. Oh, ich muss ausweichen hier, Junge. Oh, noch ein Wirbel nochmal ausweichen. Aus dem Weg, Junge. So, jetzt kommt gleich Soki Soki ich bleib hier und Soak alles gleich Soki lol jetzt Soki Soki hier steht keiner schnell rüber da dickes Riff zum Endboss Riff so Metamorphose Gun drei Minuten noch easy, easy, peasy Achtung ich krieg ne Statue in der Fresse zwei Stück wurden getroffen schämt euch, Jungs raus da und auf den Kopf springt Bam so, jetzt kommt der Ansturm diesmal nicht versuchen den Ansturm zu soaken das könnte nämlich wehtun Soaken ready to soak ich müsste auch mal wieder Gitarre spielen hab ich voll Bock drauf in letzter Zeit aber ich hab immer nicht so viel Zeit ich hab noch meine beiden geilen E-Gitarren aus meiner Bandzeit oh, das war knapp habt ihr das gesehen? Bam tschüss du kleines Arschloch 100k Leben hast du noch ausweichen da Bam Hunter das Zweiten davon gefressen so Leute das Ding ist geritzt ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuschauen ich hoffe ihr schaut bald auf Twitch rein in meinen Livestream ich hoffe ihr lasst ein Abo da und schaut hier auch wieder rein im nächsten Video und dann meine Freunde wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit und macht's gut bis zum nächsten Video haut rein wir sehen uns ciao bis zum nächsten Video 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 Bis zum nächsten Mal.